Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Von Seiten der Piratenfraktion kann ich es eigentlich ganz kurz machen zu diesem Thema. Die Argumente wurden ja weitgehend ausgetauscht. Es ist jetzt von allen Fraktionen eigentlich alles gesagt worden, was dafür und was dagegen spricht. Aufgrund der Anhörung und aufgrund der dortigen Aussagen der Sachverständigen würde ich auch eigentlich grundsätzlich leicht dazu tendieren, also eher dazu tendieren, zu sagen, es ist nötig. Aber wie er ganz jetzt richtig mitteilte, die Argumente waren jetzt nicht ganz so schlüssig, dass ich auch wirklich sagen kann, der Nachweis der Notwendigkeit wurde eindeutig erbracht. Aus dem Grund reicht uns das einfach nicht, um auch wirklich zustimmen zu können. Aber da es auch viele Argumente dafür gibt, habe ich meiner Fraktion empfohlen, sich zu diesem Thema zu enthalten. Und ich denke, der Bessere wird gewinnen. Vielen Dank.